und das problem ist spieler töten ohne sie zu looten bringt auf den server gar nichts es gibt keinen cooldown ja irgendwie bist du bereit dass welche drin ich hab welche wir können nicht von unten rein weil da würden uns noch mehr erstens noch mehr tubers abschießen und zweitens muss er deutlich alle drachen durch die ganzen drachen wenn die wand weg ist deren dino gehege auf das heißt wir können da rein weißt du wie viel schaden die scheiß drachen von der sniper bekommen die bekommt doppelten schaden von allen wir machen sie jetzt nicht absetzen bleibt mal bleibt das spieler oder ja das ist pole bleibt so bleibt ich verstehe doch gar wackelt das ich bin weiter hoch Achtung bitte stehen bleiben und bewegen The power of the dark side Da oben ist das Spieler am Schild Kann man halt auch den T-Rex die Rexe da oben wegschießen? Ja wir müssen die Rexe halt da oben wegholen Guck doch mal einer wie viel live die Rexe hat Kann mich einer oben absetzen, dann würde ich den einen Turretower da wegschießen Ey der Quetz wird angeschossen 120.000 und der eine hat 50.000 Ja ich müsste halt oben am besten abgesetzt werden mit dem Stego alleine Der Quetz ist halb down Dino-Kit hast du dabei? Liegt doch kurz runter, mach den Quetz erst voll Im Quetz ist gar nichts drin Warte, bleib stehen, bleib stehen, heils stopp Ja der hat nur 8K Lego Warte, tun wir die anderen beiden Stegos erstmal runter Da tue ich nämlich hier, da setzt du mich alleine oben ab Aber wir tanken gut Ist das ein Petri von uns? Ja Ja Äh Reicht schon von der Höhe Aber den Rexe lernen jetzt wie man saftet Womit schießt du? Du wirst mir wieder sagen wann ich die Schluck troppen schreibe Lieg einfach Langsam Na noch ein Stück Bei den unteren hier Weil den haben wir schon drunter gezogen Noch ein Stück Lass mich droppen 3.000 AP Die sind nämlich jetzt für den Ich hatte dich grad Ja ja aber ich hatte dich grad so dass ich nicht beschossen werde So wie du die Rexe die runtergezogen sind Ob das für den keine Feiligen können wir so Das Problem war die haben Der hat 200.000 AP da an der Rexe Die haben jetzt mich mit so nem bliedem Pfeil abgeschossen Der hat jetzt noch 80.000 Falsch dich wiederholen Bleib doch Bleib doch Sag jetzt nicht du hast was eingestiegen Danke dir Äh ja Ich kann Ne Äh Nimm Drachen mit Wir müssen uns mit dem tanken So geht dann Ja die Snypen Die Leute Ihr müsst noch Snypen Einfach hoch und Wurden füllen Ich brauche trotzdem deine Einschätzung Wann ich dich droppen kann Ja Nur mit der Ruhe Lass unseren Teleporter zuhause mal draußen stellen Genau Weiter 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 Und weiter Noch ein Stück droppen Ja und jetzt Drachen Drachen mitnehmen Und Dinos die einfach Damage machen wenn die Dinos unten sind Ja soll ich Chris Soll ich Chris Soll ich Chris seinen Dragora nehmen? Weiß ich nicht Wolltest du schon wieder runtergehen? Ja Das ist halt immer so einen kleinen Ticken zu weit ne Aber wenn die Viecher unten sind Wo du könntest du vielleicht auch den 3 Kamele Rex nehmen Der müsste die auch schnell runterhauen Terry Terry Ich nur der Rüstung Ich hab Ja einfach weiter Kannst du einen kurzen 300 armer Sattel für das hier machen Das hat nur ein 100er Einfach jetzt ranfliegen Du bist schon zu hoch Ja wir haben noch ein paar Terry Ja dann nehme ich einfach von irgendjemand anderem noch eins Passt auf da steht da Rex oben Ach der will auf mich Da will mich Alte wir werden die Rexe so auseinanderspitzen Dann ist das schon weiter 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 2k military 2k military 2k damage Warte mal weiter weiter Stopp drum Genau Jetzt lande ich schon aber ich bin dann noch draußen ich bin an in welchen selbst gemacht wird das gemacht muss ich gucken wir haben es nur gestern alles auf diese anweisung da achtet ihr dabei ich bräuchte hilfe denkt mir am arsch danke dir er hat noch er hat sich ab wir müssen noch diese militär er geht halt auf den nächsten rex ich habe nicht die wichtigen er hatte nur rüstungen okay ich habe die rüstung mit einem schuss weggeschossen wir müssen jetzt hier durch die tieris in den haus ich mache zwei sätze wir brauchen fleisch besser poli lassen noch zwei gute lassen unsere beiden guten rechse mitnehmen und vielleicht noch ein von ihm da kommt doch ein rex erscheinend also ich nehme das terry von dir und deren fischer zu kennen springt oder macht macht es runtergesprungen hinter die mauer wo wir jetzt auf dem weg hin sind da kommt ein griffin bilden achtung der ich habe geschildert oder gut damit gemacht der will den steg ok ich bin schocker immer schocker die tier ja ich aufsteigen ja zwei sätze ich versuche es hast du noch zwei wechseln irgendwie hast du noch zu vier in dir wir müssen jetzt rüber ich muss weg der griffin kommt wieder ist er nicht abgemontet wurde durch doch aber der kann doch gleich wieder drauf wo sind die tiere weg da macht sich ein drache bereit ja hier steht doch alles hier waren doch schon tiefe runter gezogen der zünder hau ich hier lass erst den unbewandten nehmen nimm du eine tech-weifel mit damit du das nicht weitermachen kannst weil ich kümmer mich um die mauer ich bin aber nicht von live ja hast kein medical crew genommen ich habe alles nicht geträgt aber trotzdem geht es nach oben da kommt der griffin der griffin ist oben pass auf ja die hier das schild hat nur noch 190 von 200 der griffin kann mir jemand schauen wie schnell das leben runter geht achso das seid ihr guck mal wie schnell das leben runter geht ja ne ich muss weiter drauf schießen im b-hast-ahne da ist der griffin da ist der griffin ne der kann dich nicht ins tech street rank ha ha ich steh selber da ach da kommt jeder oh die rechse kommen nice im b-hast-ahne im b-hast-ahne im b-hast-ahne im b-hast im b-hast ich habe den der mit dem feuer fallen ist zurückgewichen au hier ist ein rito kümmert euch drum das gibt es nicht mehr lange das gibt es nicht mehr lange der dieplo ist hier oben Leute lauft hier oben durch macht den rex noch daumen und dann kümmert euch um die dieplo äh äh fähchen du musst mir deckung geben ne wo soll ich dir deckung geben von oben du musst snipen weil der oh fuck a terzi von den schocken schockt das mit den schocken fallen weil mit unseren terzi alleine werde ich obwohl wir werden besseren sattel haben es geschafft ich schnapp den player wenn er hochsnipern wollte ich dann noch dings einstecken shadow stake er levelt sein terzi hier schock es jetzt fähchen hm er kommt hintenrum hintenrum beim stegow fähchen hau ab schock schock ich hab ihn weg ich hab das ich hab das ich hab das das kommt nicht weg ich muss zurück schock ihn dazu holen aber ich glaube wir haben auch keine mitgenommen schock meinem terzi berlin unserer terzi hat halt nul schaden bekommen äh was ist mit irgendwie los schild hat noch 100.000 ich habe noch kein waffen mehr Ich bin auch am Terzior weg. Ich und Moldau haben den gerade gekillt. Okay. Der andere Rackstor hin. Ihr müsst halt einfach Bescheid sagen, wenn oben was ist. Ich komm jetzt. Wir müssen zurück in die Race noch von diesen Shocking Darts herstellen. Naja, brechen ihr ab, wir schlitzen da unten. Crazy. Wir müssen wieder nach. Ich würd gern mit Petri runter und zurück einen Shocking Darts holen. Ja, mach. Ich komm hier. Was levelst du? Mili, Mili, Mili. Meins hat Kaul auch nicht. 20.000 oder 13.000. Weil gegen andere Terzi, wir haben so einen guten Sattel und haben so viel HP gegen den anderen Terzis. Wir haben einen verbreterter Terz-Sattel. Gegen Terzi brauchen wir echt nur Mili. Ja, alles klar. Ja, ein bisschen Life L20 Kaul aber. Ja, ich bräuchte ne neue Attack Rifle, äh, Fähchen. Oh, hier ist die Spieler. Die haben aber nur primitive Rex-Sattel auf den Rexen. Der Spieler. Wir haben hier keine Tag Rifle, also überhaupt keine von diesen Shocking Darts. Ich muss komplett zurück. Ja, mach das. Alles gut, wir haben das hier. Ja, nur weil Crazy ne neue Tag Rifle braucht. Crazy, ich bin doch. Ja, weil das Tag Schild kaputt ist, irgendwie rein da. Ja, passt auf. Ja, passt auf. Scheiß was drauf. Zwei und dreihundert Armorsattel. Immer Blick nach oben. Mhm. Also, so wie ich es grad mitkriege, mit einem Attack Rifle bekommst du das Schild auf. Okay. Dann ist er aber auch broke. Mehr warten. Ja. Noch, äh, 50.000 HP hat's noch. Soll ich sonst noch was mitbringen, wenn ich erst schon da bin? Ne. Wir können ja schnell wieder runter, also ist ja alles da. Sniper und Sniper Schüsse, aber verbessere dich Sniper. Oder für jeden diese Shocking Darts, jeder braucht die, wenn er geklappt hat. Ich hab grad schon auf alle Herstellen gedrückt, bei den Shocking Darts. Äh, 30.000. Okay. Aber wenn's eben ist, muss halt dann einer an die Wand tanken und kaputt machen. Ah ja, er hat doch, äh, Crazy hat doch Durst dich, oder? Ja. Ja, ja. Aber Crazy ist an die Wand und wir schreddern da mal ein bisschen durch. Mhm. Wie viele Melee hat dein Terry? Impy? Mhm. 3.204 fett. Leil, meins hat 2.6. It made, äh, mit... 18.000? ...imprint boost. Ich mach so böse Damage. Äh, könnt ihr schon mal das Stego herpacken, dass ich dann gleich nur noch aufspringen muss? Pfeif mir doch zu da, ich mach mal weiter. Ich mach kurz. Alla, du. Ah, weißt du schon. 6.000? Macht euch bereit. Naja. Äh, okay. Die schießen... Wibbern, wibbern! Lol. Wuuuh! Ah, fuck. Ey, die schießen von oben ins Schöckenpfeil. Ja, ja. Die haben die wohl jetzt auch entdeckt. Das Problem ist, mein Viech kann sich nicht bewegen. Jetzt aber. Na, wieder. Ja, chill einfach. Bis es bei dir ist, dann machst du erst weiter am Textschild. Das Problem ist, die werden dann vorne, wenn du an der Tür stehst, auch mit den Pfeilen auf dich. Komm, Alter, wir machen ein bisschen Lockvogel. Ah, da ist der Drach. Du, 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 du. Ja, necke drauf. Äh, ja. Weiter am Wendekraft. Äh, das Problem ist nur, wenn ich an der Türbe-Tau bin, die schocken das wie dann. Ja. Ja. Kannst du ganz an der Wand vielleicht herlaufen? Ich dachte, in der Wand hockst du mit dem Sattel? Muss ich schauen. Ja, ne, das bringt auch nix Richtung. Der Schocken wird trotzdem 100 geworden. Äh, hat noch 500 HP. Macht euch bereit. Jetzt leckt ihn doch so. Chill das weg. Chill das weg, Anton Wattes. Ich sage, ich stehe, oder lass uns nicht durch, ne? Ich kann 100 von den Schocking Darts nochmal mitbringen. Und rein. Rein, 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 rein. Ah, ich werd von Tech von hinten beschossen, die Sau. Ja, mach du dein Ding. Wir schlitzen schon. Tracks down. Schneiden. Ja, wir sind in Bewegung. Immer vorzureg. Vorzureg. Ah, die haben jetzt auch mal oben das nächste Tech-Schild. Das heißt, wir sind hier safe. Okay. Blaise mal an den Tech-Schild. Ähm. Filler gleich C4 dran. Und er schießt drauf. Macht das Scheiß. Ja, machen wir uns C4 dran. Ja. Und weg mit dem Scheißding. Schau, ich nehm mal um die 100 Schocking Darts mit. Das werden noch produziert. Ne, ne, du brauchst richtig viel. Silka, wie viel hält denn das Scheißding auch? Das braucht genauso viel, wie wenn du es so verstaßt. Ja, schieß mit Tech-Rifle. Ja, die ist jetzt kaputt. Ja. 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 Vorne sind ja immer noch die Löcher in der Tötwand, oder? Wenn ich das richtig seh. Lol, die haben in eigenen Stegen. Boah, hab ich grad Click-Cut. Das war an mich. Ja, ja. Ich bräuchte jetzt die Tech-Rifle dann gleich. Ja, schon wieder in eigenen Stegen. Boah. Ja, bleib los in Bewegung, Walter. Ja, ja. Und weg ist das Ding. Ja, die schauen in den Spieger. Ich stell dich einfach hinter deren Recken. Ich mach jetzt ne Jolo-Aktion. Achtung, oben Drache irgendwie. Wo? Ich sieh' noch nicht. Oben, der kam grad ganz kurz raus. Er kommt, der kommt, der kommt. Ein Spieler liegt direkt über mir. Ich hab wieder Schlitzer. Der Spieler ist direkt über mir. Boah, wie ich bin. Ja über mir? Ich, ich, ich will, ich will ihn grabeln aber ich komm nicht weg. Alright, Travis. Ja, Backstand! wow ich bin okay schaffst du es ja ja ich will schaden hat das jetzt gemacht kann ich jetzt mal nichts ich hatte auch noch ja ich versuchte ein spieler und zwei hits hat noch nicht blitzwimmern kommt wohl jetzt sind zwei spieler über mir auf jetzt kommt der drache gewesen du bist ja ich weiß es sieht mich nicht hast du schon deine ersatz die sind jetzt hier zu fünft näher habe ich nicht ich finde die sind zu fünft jetzt auf luftviechern die grabben mein steg und nee wir haben die steg und gegrappt ego tank um dein leben naja ist doch so herz ist bei mir habe alles wieder leute jetzt ja die werden die mit den drachen getötet haben ich habe eine riesen explosion gehört hier sind die steg und c4 machen naja die haben glaube ich c4 waren shocking darts sind jetzt wieder vorhanden noch ein zwei fabricated sniper mitgenommen und schuss dafür machst du sanitäter das heißt du brauchst noch deine tech rifle die ersatz ich weiß nicht wie es jetzt mit einem red weiter geht weil die gruppen jetzt alles weg steht alles im text schild die hoffen sich der ob ich habe kein drach und jetzt ist halt ziemlich viel luftweite ein paar flugfächer mit leuten die ich habe extremes ruck extrem ruckler habe ich die sie es geht noch weiter schießt gerade irgendwas unten auf unsere kuppel wenn ich dahin renne habe ich ruckler des todes egal als ob die generatoren einfach nur fakes sind rotte flack darf ich was schreiben nein nein es ist eine ganz normale uhrzeit weil es ist feiertag ja nicht überall aber trotzdem ich habe stand mit des jahrhunderts es geht weiter dann wie wäre es denn wenn wir weiter oben noch einen teleporter setzen für uns damit wir die tiere mal hoch und runter porten können das ist zumindest dahin wo wir vorhin halt waren ja ich bin jetzt auch bei deinem tic schild dran okay 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 Lukas ist natürlich minder das Rimi ist stark denn hier den hast du nicht gemacht stimmt die oder welcher drache ist das ist es von denen einer wir haben keine drachen Ich will diese Schockenpfeile für Crossbow, haben wir die wieder hier? Was haben wir hier? Crossbows? Ja im mittleren Tresor 100 irgendwas. Ich will grad deinen Wechsel mit dem Schwert. Ich will halt nicht mehr als 20 mitnehmen, weil sie sollen sie auch nicht bekommen. Darf ich das dir suchen? Ich will die Schockenpfeile für die Schockenpfeile für die Schockenpfeile für die Schockenpfeile. Ich will die Schockenpfeile für die Schockenpfeile für die Schockenpfeile für die Schockenpfeile. Mein São Domain Der Schockenpfeile für den Schockenpfeile